Moin Moin meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Hunter Call of the Wild Test. Heute geht es um Te Avarua und ich möchte euch dabei helfen eine Kaufentscheidung zu treffen. Und zwar ob ihr sie euch nicht kauft oder halt kauft. Und ja wir fangen jetzt gleich mal mit der Karte an. Und zwar auf der Karte gibt es eine ganz klare Einteilung. Und zwar könnt ihr es eigentlich in der Mitte hier durchschneiden die Karte. Und zwar auf der rechten Seite sind die Gebiete relativ offen. Und man kann sehr schön in die Wälder reingucken. Während das auf der linken Seite nicht der Fall ist. Da wir gerade auf der linken Seite sind, kann ich euch das sehr gut zeigen. Also hier habt ihr wirklich sehr sehr dichte Wälder. Hat auch seinen Charme sage ich mal. Allerdings ist das Jagen hier wirklich ein bisschen schwieriger. Das erinnert so ein bisschen an Park Fernando. Ihr seht sehr sehr viele Bäumchen der Setup PP. Also da auf jeden Fall ist die Jagd ein bisschen schwieriger. Auch wenn man hier teilweise durchgucken kann. Nicht ganz so schwer wie in Park Fernando mit der ganzen Buschigkeit da auf den Bergen. Aber an sich halt doch relativ dicht. Und hier haben wir gerade auch ein Siegerhörsteller Schreit. Die scheinen hier in den Wäldern auf jeden Fall sehr aktiv zu sein. Ja die neuen Tiere könnt ihr euch gerne auf der jeweiligen Webseite von Vahanta angucken. Sind auf jeden Fall sehr sehr schöne. Meine persönlichen Highlights hier. Also ist die Steam Seite davon. Meine Highlights sind auf jeden Fall die wilden Schweine. Die Razorbacks und die Siegerhörsche. Beide sehr sehr schön. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Rein tiertechnisch. Aber da kommen wir gleich noch auf die Pro und Contra Liste zu sprechen. Auf jeden Fall klare Aufteilung. Hier rechts relativ offen und links ziemlich dicht bewaldet. Ob es hier unten eine Ausnahme gibt oder da oben. Vielleicht weiß ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht hingegangen. Aber auf jeden Fall die Großteile der Karte können so eingeteilt werden. Und dementsprechend müsst ihr euch im Klaren darüber sein. Die gesamte Karte. Und das möchte ich ganz ganz deutlich sagen. Die gesamte Karte ist ein riesiger Wald. Und jetzt kommen wir auch zur Pro und Contra Liste. Und zwar auf der Pro Seite wie auch auf der Contra Seite ist die Karte ist ein riesiger Wald. Denn manche finden das nicht so toll. Und da muss man sich halt selber fragen. Hat man da Bock drauf? Möchte man in einem riesigen Wald jagen. Wo es dann auf der linken Seite zum Beispiel ziemlich dicht wird. Und auf der rechten so ein bisschen offener ist. Es ist halt wie gesagt ein riesiger Wald. Und das muss euch klar sein. Wenn ihr diese Karte kauft. Das kann Pro und Contra sein. Je nachdem welche Person ihr seid. Und wie ihr gerne jagt. Populationstechnisch auf jeden Fall ganz klar auf der Pro Seite. Denn auf der Karte hier gibt es immens viele Tiere. Und da hat Expensive Worlds auf jeden Fall verstanden. Dass es sage ich mal so nicht weiter geht. Also dass man hier ein bisschen mehr Tiere reinbringen muss. Weil die anderen Karten sind ein bisschen zu leer finde ich. Gerade Hirschfelden ist das beste Beispiel dafür. Park Fernando geht eigentlich. Aber Hirschfelden hat meiner Meinung nach deutlich zu wenig Tiere. An manchen Stellen. Zumindest habe ich immer das Gebiet, dass zum Beispiel der eine Berg da komplett tot ist. Und es gibt einfach Gebiete, wo man nicht wirklich aktiv jagen kann. Das finde ich sehr sehr schade. Weil an sich ist es eine wunderschöne Karte. Und da würde ich einfach gerne ein paar mehr Tiere haben. Es muss nicht übertrieben sein. Aber ein paar mehr Tierchen würde ich auf jeden Fall schön finden. Auch wenn sie es wahrscheinlich gerade mit den Kaninchen ein bisschen gefixt haben. Aber egal. Wir kommen zurück zur Karte. Auf der Pro Seite sind definitiv die Tiere. Das war ja auch gerade Thema. Die Tiere hier sind auf jeden Fall wunderbar. Die Razorbacks, die Zika-Hirsche. Alles wunderschön. Die ganze Tierliste könnt ihr euch dann gerne nochmal auf der Steam Seite angucken. Beziehungsweise auf der Wiki Seite. Kann auch gerne jemand in die Kommentare schreiben. Falls ihr den Leuten ein bisschen Arbeit abnehmen wollt. Und die sind wirklich sehr sehr toll. Also auch die Wildziegen zum Beispiel sehen hier richtig nice aus. Die habe ich hier oben gejagt. Und die waren wirklich ziemlich cool. Sehen auch wirklich gut aus. Sind sehr robust muss ich sagen. Aber so das Jagen an sich auf der Karte ist definitiv spaßig. Wir haben vor allem auch Dammhirsche hier. Und endlich mal wieder eine Karte, wo man anständig Dammhirsche jagen kann. Das ist auf jeden Fall sehr löblich. Auch wenn hier wieder Rothirsche sind. Und langsam haben wir ein bisschen zu viele Karten mit Rothirschen finde ich. Aber okay. Ich hätte mal wieder gerne welche mit Weißwedeln. Weil die fehlt wirklich. So eine andere Weißwedelkarte. Aber gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Aussehen und Sound sind einfach wunderbar auf der Karte. Wirklich. Also der Sound ist sehr sehr schön gemacht. Das Aussehen der Karte. Ich meine guckt hier einfach in die Wälder rein. Es sieht einfach geil aus. Aber Warhunter sieht halt fast immer geil aus. Aber die Karte hier sieht besonders geil aus. Also hier haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Definitiv was das Aussehen und den Flair der Karte angeht. Da haben sie sich auf jeden Fall ordentlich hingesetzt und dran gearbeitet. Woran sie allerdings nicht so gut gearbeitet haben. Das seht ihr hier nochmal. Die Bäume sind wieder überhaupt nicht ausgeschnitten. Da kann man wieder schön reinballern. Das hier ist noch harmlos. Übrigens die anderen Bäume sind noch viel viel schlimmer ausgeschnitten. Da hat man sich meiner Meinung nach überhaupt keine Mühe gegeben. Das ist hier. Seht ihr das? Da diesen Bug könnt ihr nämlich sehr schön mit dem Fernglas überprüfen. Beziehungsweise diese, ja, diesen, ich weiß nicht wie man es nennen soll. Faulheit. Auf jeden Fall kommen wir damit auch zur Kontraliste. Den ersten Kontrapunkt habt ihr gerade schon gehört. Es geht hier um die Bäume. Und die wurden einfach so scheiße ausgeschnitten, dass man im Wald wirklich aufpassen muss, wie man schießt. Weil ansonsten schießt man die ganze Zeit in die Bäume rein. Und das ist mir auch schon passiert. Also das ist hier nicht irgendwie, dass ich mir das ausdenken, um was Böses zu sagen. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, es könnte ein Kontrapunkt sein, dass die gesamte Karte ein Wald ist. Das könnte unter Umständen für euch ein Kontrapunkt sein. Denn, ja, man hat kaum andere Gelegenheiten zu jagen. Da sind ein paar Flächen, die offen sind, aber im Großen und Ganzen sind halt fast überall Bäume und fast überall Wald. Das sollte einem definitiv klar sein, wie ich schon sagte. Und da muss man dann halt selber entscheiden, ob das was für einen ist. Ansonsten würde ich auf der Kontra-Seite, ja, was würde ich da noch anbringen? Die recycelten Tiere vielleicht und die Abhängigkeit von den Bedürfnisgebieten. Das ist halt immer so auf jeder Karte. Das kann man nicht spezifisch auf diese Karte anwenden. Aber ich denke, da habe ich eigentlich die Kontras und Pros eigentlich sehr gut erfasst von der Karte. Ansonsten stört mich eigentlich nicht wirklich was auf der Karte. Also ich jag hier wirklich sehr gerne und habe hier bisher auch sehr viel Spaß gehabt und würde auch diese Karte eigentlich so empfehlen. Also es gibt jetzt als Fazit definitiv eine Empfehlung von mir. Allerdings würde ich mir darüber Gedanken machen, ob das mit dem Wald wirklich was für einen ist. Außerdem ist mir gerade eingefallen, dass es noch Bugs gibt. Also neulich stand hier vorne, hier standen irgendwelche Tiere einfach am See und haben sich kein Stück gerührt. Also da müsst ihr auf jeden Fall, sage ich mal, euch bewusst sein, dass es da definitiv Probleme auf der Karte aktuell gibt. Bitte aufs Datum achten. Das könnte in der Zukunft aber gefixt sein. Ich bin mir relativ sicher, dass es in drei, vier Monaten gefixt sein wird. Bitte da auf das Datum des Videos achten, damit ihr da auf den neuesten Stand seid. Könnt allerdings auch gerne in den Kommentaren fragen oder diese lesen, je nachdem. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit meinem Test zu T-Avarroa. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen und ihr könnt gerne eure Pro- und Contra-Liste auch gerne in den Kommentaren lassen, damit andere vielleicht es einfacher haben, hier eine Kaufentscheidung zu fällen. Ich wünsche euch was, bis dann und Tschüüüü.